Baramkale Baramkale ist eine Stadt in der Türkei, die in der Antike als Assos bekannt war. Hintergrund in der Bronzezeit ließen sich hier die ersten Siedler nieder, sodass es im frühen 1. Jahrtausend zur Stadtgründung kam. Beflügelt wurde diese von Vertriebenen von der Insel Lesbos. Im 4. Jahrhundert vor Christus erfolgte ein rascher Aufstieg der Stadt, als Aristoteles hier eine philosophische Schule gründete. Doch der Aufschwung war nur von kurzer Dauer, denn schon bald lief Alexandria Troas Assos den Rang ab. Im Jahre 58 n. Chr. wurde die Stadt von Paulus besucht, danach verging der Ruhm der Stadt. Bis in das 5. Jahrhundert war Assos zumindest noch ein Bischofssitz. Durch die zunehmend unsichere Lage verlegte man die Stadt von der der See zugewandten Seite des Berges zu der dem Meer abgewandten Seite. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus der Stadt ein Dorf abseits des weltgeschichtlichen Geschehens. Im 19. Jahrhundert fanden unter amerikanischer Leitung erste Ausgrabungen statt. Die Funde kamen in Museen in Boston, Paris und Istanbul unter. Seit 1981 finden nun Ausgrabungen unter türkischer Leitung statt. Die Funde sind im Museum von Çanakkale zu sehen. Mit dem Flugzeug die nächsten Flughäfen sind sicherlich in Çanakkale und EDR mitzufinden. Von hier aus geht es auf der Straße weiter. Mit dem Bus zwischen Ismir und Çanakkale verkehrt regelmäßig ein Bus. Diesen verlässt man in Aiwazik. Von hier aus gibt es mehrmals täglich Dolmus-Verbindungen nach Assos. Auf der Straße wer aus dem Norden, ZB aus Çanakkale, kommt, fährt auf der D550 bis nach Aiwazik und biegt in den Ort ab und durchquert den Ort in Richtung Sögütlü und Persakö. Im letzteren biegt man im Ort in Richtung Beramkale ab. Aus dem Süden kommend, ZB aus EDR mit, fährt man ebenfalls die D550 bis nach Aiwazik um dann in Richtung Beramkale abzubiegen. Mit dem Schiff im Sommer verkehrt täglich ein Schiff zwischen Aiwazik und Beramkale. Mobilität vom kleinen Platz, mit Parkmöglichkeiten, in der Nähe des Denkmals des Aristoteles führt eine kleine Straße zum kostenpflichtigen archäologischen Bereich rund um den Athenatempel. Dieser Bereich ist bequem zu Fuß zu erreichen. Rechts von der Statue führt eine enge Straße den Berg herunter zum Hafen. Im Hafen gibt es eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Wer gut zu Fuß ist, kann diesen Weg auch gehen. Als Belohnung wartet hier auf halbem Weg das Theater mit schöner Aussicht. Sehenswürdigkeiten Die Sehenswürdigkeiten gruppieren sich fast alle um und auf einem 234 Meter hohen Felsen, der schon von Weitem sichtbar ist. Erreicht man den Ort über die Straße gelangt man an eine Kreuzung an der eine Statue des Aristoteles zu sehen ist. Fährt man geradeaus erreicht man den heutigen Ort Beramkale. Ein kleiner zentraler Platz bietet kostenlose Parkplätze und ein paar kleine Geschäfte. Von hier aus führt ein Weg aufwärts, der gesäumt von Souvenirläden und Cafés die Moschee und das angezäunte kostenpflichtige Tempelareal auf dem Gipfel des Berges erreicht. Das Eintritt ins Tempelareal kostet 8 Teelöffel und ist bei gutem Wetter ein Muss. Auf dem Weg zum Athenertempel befindet sich zur linken am Dorfrand eine kleine Moschee. Häufig wird diese von Touristen übersehen. Sie wurde von Murad-i. Im 14. Jahrhundert gebaut und gilt als eine der ersten osmanischen Moscheen. Diese wurde unter Verwendung von byzantinischen Steinen gebaut. Und diese sind immer noch zu sehen. Dieser Tempel wurde im Jahre 530 bis 520 v. Chr. errichtet und ist der bisher einzig bekannte archaische Tempel dorischer Ordnung in Kleinasien. Einige Säulen konnten wieder aufgestellt werden, doch wesentliche Teile des Tempels befinden sich in Museen in Paris und Boston. Das stört aber nur auf den ersten Blick, denn das eigentliche Highlight ist die Kombimission der Ruine mit dem Ausblick über das Meer und die Insel Lesbos. Fährt oder läuft man an der Statur rechts in Richtung Hafen, Iskele, so führt dieser Weg an der Stadtmauer und dem Theater vorbei. Über das Theater erhält man Zugang zu weiteren Ruinen. Alle natürlich mit schöner Aussicht. Der Weg ist eng und steil und für ungeübte Fahrer nicht zu empfehlen. Parkplätze gibt es auf halbem Wege, kurz vor dem Hafen, in Sichtweite, und eine Handvoll im Hafengelände, die aber meist zu einem Restaurant oder Hotel gehören. Von allen historischen Gebäuden ist diese noch am besten erhalten. Schöne Teile dieser Mauer sind zum Beispiel an der Straße zum Hafen zu sehen. Einst war sie drei Kilometer lang und umschloss die ganze antike Stadt. Theater, das aus dem 4. J.R. Vor Christus stammende Theater ist im typisch griechischen Stil so an einen Hang gebaut, dass das Publikum im Hintergrund der Bühne ein fantastisches Panorama betrachten konnte. Die Bühne ist mit umlaufenden Regenrinnen versehen worden. In der römischen Periode wurde die erste Sitzreihe entfernt und durch Balustraden ersetzt, um hier Gladiatorenspiele stattfinden lassen zu können. In Schriften an einigen Sitzplätzen zeugen von Reservierungen für die Gilden der Schmiede, Gerber und Steinmetze sowie der Anhänger des Kultes des Sarabis. Schon im Jahre 1881 wurden hier durch amerikanische Archäologen Ausgrabungen durchgeführt. Im Jahre 1980 wurden zuletzt Untersuchungen unter türkischer Leitung durchgeführt. Römische Therme, diese liegt zwischen Agora und Theater und wurde erst während der römischen Periode errichtet. Als Wasserquelle wurden hier die Sist. Aktivitäten Einkaufen Das große Einkaufsparadies ist bei Ramkale nicht gerade. Einen Supermarkt sucht man vergeblich. Doch wer Souvenirs aller Art sucht, der braucht nicht lange Zeit zu suchen, denn der Aufstieg zum Athener Tempel ist gesäumt von kleinen Souvenirständen. Küche Die meisten Hotels und Pensionen haben bieten nur Halbpension oder Vollpension an. Von daher ergibt sich für die meisten Touristen nicht die Notwendigkeit ein Restaurant aufzusuchen. Wer dennoch etwas sucht, der ist im Hafen richtig. Hier stehen einige Hotelrestaurants nebeneinander. Alle bieten gute türkische Küche und natürlich Fisch zu vernünftigen Preisen an. Unterkunft Praktische Hinweise Banken oder Geldautomaten sind hier Mangelware. Deshalb sollte bei einem Besuch ausreichend türkische Lira mitgeführt werden.